Mal wieder live auf YouTube. Kommt nochmal was mit Manu, waren die besten Talks. Hast du neue Sponsoren? Mexiko und ich vermissen dich, man. Come back. Hast du je bereut, dass du die Ansage im Treppenhaus im Nachhinein relativiert hast? Das ist ja der Traum, weißt du, wie ich meine so? Wirst du jemals wieder normal arbeiten? Ich muss das fühlen, ich muss das feiern. Und wenn es mich noch ein bisschen prägt, Bruder, dann sind wir dabei. 99,99 Euro dagelassen. Krass. Ich küsse dein Herz, Bruder, dankeschön. Ich bin der Highest im Clown. Bestell mir noch ein Glas, ja, sie wackelt mit dem Arsch und sie drückt mich ans Fenster. Da sind wir doch, da sind wir doch, da sind wir doch. Was läuft, was läuft, was läuft, was läuft. Wie geht's euch, Freunde? Mal wieder live auf YouTube. Da fragt einer, Dr. Namus fragt, kommt nochmal was mit Manu, waren die besten Talks. Ich muss auch sagen, die Talks mit Manu waren immer legendär gewesen. Wir haben aktuell keinen Kontakt, also es steht so ein bisschen in den Sternen. Ob da überhaupt nochmal was zusammenkommt. Aber der Bruder ist auf jeden Fall im Herzen und es wird auch immer in Ehren gehalten. Die Talks werden immer in Ehren gehalten, aber auch so privat. Wisst ihr ja, Manuel, wenn ich mich mit Manuel getroffen habe, das war einmal geil. Das war einmal nice. Der hat halt auch diesen so, einer von wenigen schwarzen Künstlern aus Deutschland, zu dem man auch so aufschaut. Gerade, wenn man auch Black ist, so. Und deswegen war das immer so geil. Abi-Vibes mäßig, weißt du, wie ich mein so? Hast du einen Lieblingssong von Oldschool-Rappern wie Tupac, Biggie und so weiter? Ja. Guck mal, ich hab einen Song vom Pack, Digga, der mir immer wieder so richtig krasse Gänsehaut verpasst, Digga. Sollen wir mal zusammen reinhören? Ich weiß nicht, der Song gibt mir auf jeden Fall so eine krasse Gänsehaut auch. Schon allein mit der Frauenstimme, wie das anfängt. Weißt du, wie ich meine so? Das ist so geil. Also kann sein, dass es die Nostalgie-Vibes sind, weil ich den Song auch früher ab und zu krass gehört habe. Ich sag mal so, ich hab noch viele krasse andere Songs, die mir auch andere Vibes nochmal geben. Aber der geht mir irgendwie unter die Haut. Ich find's sowieso geil, diese Kombination aus Frauenstimme in der Hook, emotional, schön gesungen und dann coolen Rap. Weißt du, das ist eine geile Energie. Vermiss ich auch so ein bisschen die Zeit. Das gab's auch früher öfters, dass irgendwelche Girls die Hooks gesungen haben. Diese Kombination aus R'n'B und Rap und Frauen und Männern und so, das war früher irgendwie mehr vertreten als heute, hab ich das Gefühl. Und wenn das heute ist, dann ist es irgendwie immer nur auf, ja, weiß ich nicht, irgendwie anders, hab ich das Gefühl. Stimmt ihr mir zu, Digga? Jetzt gar nicht gesehen. Ah, da ist Justine. Leon, geil, einer der besten Songs. Mexiko und ich vermissen dich, man. Come back. Ich küsse dein Herz. Ich hab vorhin die Story gesehen, wo du, ähm, meinen Scooter gefilmt hast, Digga. Da kam auch wieder richtig so dieses, oh shit, man. Mein Scooter, jo. Auch dieses Leben, einfach dieses freie Leben, so, Mann, ey. Das ist krass. Ich vermisse es hart auf jeden Fall. Ich vermisse euch auch. Ich vermisse euch auch. Mexiko, den Scooter und dich auch. Auf jeden Fall. Ich bin ja hierher gekommen, um meine Familie zu sehen in erster Linie. Den Hustle wieder so ein bisschen anzustoßen. Und auch zu schauen, wie ich mich so fühle hier. Was das mit mir gemacht hat dieses Jahr in Mexiko. Und, ja, das wird mir immer mehr bewusst, was dieses Jahr Mexiko mit mir gemacht hat. Und wie ich mittlerweile auch einen Blick auf Deutschland habe, so. Also, ich bin gerade echt so viel am überlegen, ob ich mir überhaupt noch vorstellen kann, hier irgendwie eine Zukunft zu haben. Jetzt unabhängig davon, ob ich die ganze Zeit hier bin. Aber generell so. Einfach mir auch, weiß ich nicht, auch jetzt so weiterdenkend. Wenn ich irgendwann Frau habe, Kinder, etc., will ich, dass die in so einem Land groß werden, weißt du. Ich bin schon hart enttäuscht von dem Land, so. Ich bin schon hart enttäuscht von dem Land. Weil ich bin hier geil groß geworden, frei groß geworden. Ich konnte mir immer nur Zukunft hier vorstellen. Ich habe zwar schon immer gesagt, ich will irgendwie im Winter immer im Ausland sein, so. Aber generell, es ist nicht mehr so wie damals. Es ist nicht mehr so wie damals. Es ist nicht mehr so, wie wo ich hier groß geworden bin. Da hat man wirklich noch das Gefühl gehabt, man kann alles erreichen. So, man kann alles tun und machen. Und durch diese ganzen Einschränkungen und Vibes, die hier herrschen, kann man einfach nicht mehr so richtig frei denken. Und das wünsche ich mir auf keinen Fall für meine Kids, so. Einer, The Game, sagt, Leon Lovelock, wie sieht deine Zukunft aus Kanals aus, wenn du wieder in Mexiko bist? Also das Ding ist, ich habe jetzt so eine Entscheidung richtig gefällt. Also ich habe auch noch keinen Flug oder so. Ich habe einen Flug gehabt, den habe ich aber wieder storniert. Weil ich einfach auch Bock habe, noch ein bisschen weiter Gas zu geben, hier auch mit den Talks und so. Aber wenn ich mich jetzt so einfach mal im Kopf so mal so drüber nachdenke. Also mein Ziel ist es auf jeden Fall, die Talks weiter zu behalten. Talks machen mir extrem viel Spaß, erstens. Zweitens, die bringen mir auch sehr viel. Ich rede einfach sehr gern mit Menschen. Und ich feiere auch Deutschrap, ich feiere die Szene. Und deswegen will ich da auf jeden Fall dran weiter festhalten, so, weißt du. Und wenn ich im Ausland bin, dann kann ich mir vorstellen, dass man so eine Dinger auch über Twitch machen kann. So, ich hatte ja damals, also bevor ich das Belasch-Interview gemacht habe, habe ich mit Belasch auch geschrieben. Und wir wollten den Talk eigentlich über Twitch machen, beziehungsweise über Livestream. Und dann war ja so, dass ich mich entschieden habe, nach Deutschland zu gehen. Und ja, dann haben wir den Talk in real life gemacht. Aber ich kann mir vorstellen auf jeden Fall, dass das auch gut funktioniert, wenn ich die Talks weiterhin mache über online. So, weißt du, heutzutage sind wir so geil vernetzt miteinander, dass ich mir das gut vorstellen kann. Und ich habe auch noch ein paar andere Dinge, die ich gerne wieder machen würde. Zum Beispiel auch so ein bisschen auf der Straße ein bisschen was machen. So, das ist halt witzig und das gibt mir immer einen guten Vibe. Und ich habe viel zu selten gelacht in letzter Zeit. Und ich hätte Bock, mal wieder so ein bisschen auf der Straße rumzuhüpfen, ein bisschen zu lachen und ein paar geile Sachen zu machen. Und das könnte ich mir dann auch vorstellen, in einem anderen Land irgendwie mal auch auf Englisch oder so zu machen, weißt du. Also ich bin auf jeden Fall motiviert, diesen Kanal. Ich muss sagen, guck mal, zu der ganzen Story nochmal. Ich bin ja nach Mexiko gegangen und hatte da auch eine relativ lange Phase, auch nicht wirklich was gemacht. Einfach, weil ich für mich auch ein bisschen Zeit brauchte. Ich musste einfach eine Zeit lang mal die Seele baumeln lassen. Und ich hatte einfach auch, ja, viel zu sehen, viel zu erleben, viel neue Eindrücke, viel auch zu verarbeiten, sodass ich da so ein bisschen schleifen lassen habe. Aber ich habe ja jetzt wieder angefangen und wieder angegriffen und das werde ich auch beibehalten. Egal wo ich bin, egal in welchem Land ich bin, egal mit wem ich da bin, egal was ich mache. Ich habe jetzt wieder diesen, ich habe wieder diesen Drive, ich habe wieder diese Motivation, meinen Job ernst zu nehmen, weißt du. Und YouTube ist mein Job und deswegen, das wird jetzt konstant weiter durchgezogen, ernsthaft so. Weißt du, wie ich meine? Weh, jo. Beste Leute, Fanos, Sino, Güneş, Eme, Chehaj, Baro. I like that, man. Killer Typen, Digga. Kann ich nur bestätigen an der Stelle. Tschüss. Nein, Digga. Das hast du jetzt nicht gemacht, oder? Tosch Lombardo hat 99,99 Euro dagelassen. Ich küsse dein Herz, Digga. It's too much, Bro. Der Liebe, ja. Dankeschön auf jeden Fall. Krass. Krass. Ich küsse dein Herz, Bruder. Dankeschön. Ich hoffe, ich kann dir mit meinen Talks und mit dem, was ich hier in der Öffentlichkeit mache, irgendwie was zurückgeben. Ich danke dir auf jeden Fall. Korrekt. Vom Herzen gerne, Bro. Ich feiere dich schon so lange, da muss Liebe zurückgegeben werden. Das weiß ich echt krass zu schätzen. Weiß ich echt wirklich so. Ich hoffe, das merkt man. Und ich hoffe, es kommt auch rüber. Manchmal ist es mir ein bisschen unangenehm, aber ich versuche trotzdem so dieses, weißt du so, dieses, so. Ich hoffe, das kommt an, dass ich dafür wirklich dankbar bin. Es ist nicht selbstverständlich. War es noch nie gewesen. Mach mehr, Leon. Mehr Klicks, mehr Geld. Mein Klick hast du, Bro. Ja, Mann. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich, Bro, ich mach, ich geb Gas. Weißt du? Ich versuche auf jeden Fall Gas zu geben. Ich hab Talks aufgenommen. Zwei Stück hab ich jetzt. Bro, ich bin so oft, wie ich jetzt rumgefahren bin, in lange, schon lange nicht mehr rumgefahren. Ich war jetzt zweimal in Berlin. Das sind drei Stunden von hier. Also jedes Mal sechs Stunden Fahrt an einem Tag auch durchgezogen. Und dann war ich bei Keanu Ströben in Münster hin und zurück auch dreieinhalb Stunden. Dann war ich letzte Woche, nee, nicht letzte Woche, vor ein paar Tagen war ich in Köln. Bin nach Köln gefahren, dreieinhalb Stunden. Von Köln bin ich direkt nach Frankfurt gefahren. In Frankfurt hab ich dann auch wieder gedreht. Und dann bin ich von Frankfurt wieder zurück nach Hannover gefahren, viereinhalb Stunden. Also ich geb mir auf jeden Fall den Struggle, um coolen Content wieder zu bringen. Und ich hoffe, das wird auch zu schätzen. Ich hoffe, das wisst ihr auch zu schätzen an der Stelle. Ich geb auf jeden Fall Gas. Ich hab Bock, ich bin motiviert. Etzamee sagt, hast du je bereut, dass du die Ansage im Treppenhaus im Nachhinein relativiert hast? Ich glaube immer noch, du hast damit genau das Richtige getan und gesagt. Ach, Bruder, das ist so eine zwiespaltige Situation in meinem Kopf auf jeden Fall. Aber, ähm, ich mein, guck mal, relativiert so, ich hab halt, weißt du, wenn so viel Scheiße auf dich zukommt und wenn du so viel Hass bekommst und das Gefühl hast, dass alle auf dir rumhacken und treten, dann bin ich halt so ein Typ, dann fang ich an drüber nachzudenken, was hast du falsch gemacht, so. Weißt du, und dann guck ich mir das an und dann seh ich halt ein, zwei Dinge, die ich für mich verkehrt gemacht hab, so, oder die ich so vielleicht nicht mehr machen würde. und dann reflektier ich mich und dann seh ich die Sachen ein und dann sag ich die Sachen auch so, weißt du. Ähm, grundsätzlich bin ich aber einer, der nicht bereut, weißt du. Ich bin einer, der halt einfach, ja, die Sachen so hinnimmt, wie sie kommen und das daraus lernt, was er daraus lernen soll und dann geht's weiter so, weißt du. Also, ja, für die Leute, die mich kennen, die wissen auch meine Meinung, die wissen meine Meinung, weißt du. Nur weil ich jetzt zum Beispiel ein, zwei Dinge vielleicht relativiert hab, sag ich nicht, dass ich das ganze Video bereue, so. Es hat mich sehr viel gekostet, aber ich bin stolz darauf und das macht mich zu dem, der ich am Ende des Tages bin und das macht mich, und das hat mir auch die Dinge geöffnet, die es mir dann geöffnet hat, weißt du. Alles passiert aus einem Grund, meiner Meinung nach, so. Und deswegen, ähm, ich steh dazu, so, zu allem, was ich je gemacht hab. Und ihr dürftest nicht, so, Mensch, weißt du, wir sind zwar in der Öffentlichkeit, aber wir sind auch nur Menschen, so. Wir sind auch nur Menschen. Und Menschen sagen Sachen, Menschen machen Fehler, Menschen relativieren vielleicht auch mal Sachen, sehen Sachen ein. Menschen sind immer noch nicht fehlerfrei und wir sind nicht perfekt, weißt du. Oft wird von den Leuten in der Öffentlichkeit, hab ich das Gefühl, erwartet, dass die halt perfekt sind und nie Fehler machen, so. Aber jeder macht Fehler, Dicker, jeder, jeder macht Fehler, so. Nur weil man halt in der Öffentlichkeit steht, wird man halt oft auch darauf festgenagelt, gerade in den heutigen Zeiten mit diesen ganzen Reaction-Phänomenen, etc., so. Aber am Ende des Tages sind wir alle nur Menschen, so. Könntest du dir vorstellen, wieder nach Berlin zu ziehen? Nee. Ich weiß dir, nee. Kein Bock, Bruder. Also allgemein, ich hab mich versucht, mit den Gedanken anzufreunden, mir in Deutschland wieder auch einen Wohnsitz zu holen und so und eine kleine Wohnung, etc., und so, aber es funktioniert. Es geht nicht mehr. Es geht nicht mehr. Es ist nicht mehr, es ist nicht mehr das, ich kann da nicht mehr anknüpfen. Ich kann das auch mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Ich möchte nicht, möchte einfach nicht, so. Zum Urlaub immer wieder, so. Weißt du, und es wäre auch geil, wenn ich finanziell die Möglichkeiten hätte und genug Geld hätte, würde ich mir eventuell eine Wohnung holen, hier irgendwo in der Nähe, aber von meiner Familie, so, dass ich, wenn ich zurückkomme oder wenn ich hier bin, dass ich dann mit meiner Familie am Start bin und alle besuchen kann, etc., und dann auch wieder, aber weiß, dass ich auch wieder weg kann, so. Ich hab den Ort, an dem ich mein Leben verbringen möchte, vom Gefühl her, glaub ich, noch nicht gefunden. Und es ist auch nicht schlimm. Es ist auch nicht schlimm, wenn du dein Leben lang in einem Land groß wirst und dann irgendwann auch eine andere Realität siehst, indem du ein Jahr in Mexiko lebst und dann zurückkommst und merkst, okay, du kannst nicht mehr richtig anknüpfen. Es ist nichts, es passt nicht so richtig zu dir. Dann musst du halt weiterschauen. Aber das war schon immer das Ziel für mich in meinem Leben, irgendwie den perfekten Ort zu finden, den es vielleicht auch gar nicht geben wird. Aber ich denke schon, dass es einen Ort geben wird, wo mein Herz bleibt und sagt so, hier kann ich mir vorstellen, Kinder, Frau, Leben, geil. So, weißt du? Auf jeden Fall, Dicker. Scheiße, ausländerfreundlich. Fuffi, danke. Was ist los heute mit euch, Digga? Was sind das so große Spenden, Bro? Oh, ich sag dir ehrlich, Digga, das ist so hart. Das ist hart. Ich fang schon an zu schwitzen, ich muss gleich meinen Pullover ausziehen. Ich danke dir für den Support, ausländerfreundlich. Hau rein, Digga. Thank you, man. Danke für den Support, wirklich. Kommt direkt ins Herz drin, Na-Man. Weixo. Und zwar schreibt er, Kerim hier, kenne dich seit Snapchat-Q&A. Möchte dir Danke sagen, Bruder. Hast mir viel geholfen, aus schlechten Zeiten rauszukommen. Liebe etc. zu zeigen. Diese Zeiten noch, FIBO, Emi, Sino, Güneş, Bardo. Alles, Bruder. Hoffentlich, wir sehen uns mal. Danke. Ich kiss dein Herz, Bruder. Dankeschön. Und ich bin echt stolz darauf und froh, dass es so ist, dass ich bei ein paar Menschen einfach positive Vibes da lassen konnte, denen auch in Zeiten vielleicht helfen konnte oder so. Ich kenne es ja selber, Mann. Ich habe selber scheiß Zeiten auch gehabt. Und ich versuche immer so, wie soll ich sagen, ich versuche mich, also weißt du, ich bin und fühle und ich bin nichts Besonderes, sage ich mal so, nur weil ich ein bisschen Fame habe oder ein bisschen Person des öffentlichen Lebens bin oder so. Ich bin einer von euch. Weißt du, wie ich meine so? Und das versuche ich auch immer zu bleiben und auch rüberzubringen und nicht irgendwie abzuheben oder so. und deswegen glaube ich, dass wir auch teilweise, dass ich mit meiner Community halt echt eine geile Verbindung habe und es freut mich brutal, dass ich euch damit irgendwie auch helfen kann und meine Vibes euch so prägen, dass ihr auch ein bisschen mehr positiv vielleicht seid oder was auch immer so, weißt du? Das ist ein geiles Gefühl. Mein Freund feiert deine Musik. Ich küsse dein Freund sein Herz. Gib ihm mal eine Faust von mir. Wehschio. Ricky, 4-7, danke für den Support. Hau mal rein da jetzt. Auch 5 Euro ist sehr viel wert. Danke für den Support von jedem Einzelnen von euch. Ich küsse euer Herz. Hast du neue Sponsoren? Ich bin gerade in Kontakt mit jemandem. Ich bin gerade in Kontakt mit jemandem, die meine Story verfolgen. Die haben es schon gesehen. Ich habe auch schon Produkte zugeschickt gekriegt. Ich habe auch schon die Riegel getestet und die Riegel sind auf jeden Fall geil. Das ist eine komplette vegane Marke. Ich werde jetzt später noch ins Gym gehen und dann werde ich mir da nach dem Training mal den Shake reinfetzen und dann werde ich mal gucken, wie geil das Zeug ist. Aber der Typ auf jeden Fall, der die Marke hat, dem die Marke gehört, der hat eine geile Story, hat einen geilen Background und das ist eine Sache, wo man hinten dran stehen kann. Die Beweggründe, warum er die Marke gegründet hat und so. Das sind alles persönliche, menschliche Sachen, wo er selber halt auch viel durchgemacht hat, so muss man sagen und deswegen dann die Marke gegründet hat und sowas feiere ich halt. Wenn da wirklich eine Story dahinter steckt, wenn da wirklich jemand ist, der so was bewegen möchte in diesem ganzen veganen Bereich, dann ist es auf jeden Fall geil. Passt bei mir wie die Faust aufs Auge und die Leute, die mich verfolgen, die wissen, ich habe nicht für viele Sachen Werbung gemacht. Ich habe sehr viele Angebote gehabt, gerade damals zu meiner Hype-Zeit. Aber ich habe sehr wenige Sachen gemacht, weil ich bin so ein Typ, ich muss hinten dran stehen zu 100%. Ich muss das fühlen, ich muss das feiern und wenn es mich noch ein bisschen prägt, Bruder, dann sind wir dabei. So weißt du? Und da waren nicht viele dabei und deswegen hatte ich auch bis jetzt nicht viele Sponsorings. Ich will mir da selber treu bleiben an der Stelle. Rose, die PNK sagt, das Kianosch-Interview war ein Brett-Digi, hat mich auf Ernst stolz gemacht und hat mir eine wilde Energie gegeben, dass du eine neue Treppe nach oben gefunden hast. Ich küsse dein Herz, Roasty. Thank you, man. Wie finanzierst du dich in Mexiko? Würde gerne weg von hier. Unterhalte den, man. So wie auch in Deutschland. Wie schon seit den letzten, wie viele Jahre jetzt? Ja, so vier, fünf Jahre oder so. Bin ich jetzt selbstständig und lebe davon. Hey Leon, freut mich, dass es dir seelisch wieder besser geht. Möchte dir auch dafür danken, dass du mit deiner Meinung stabil bleibst. Thank you, man. Nein, im Herz drin, Na-Man. Dankeschön. Ist besser, aber nicht perfekt, Digga. Ich glaube, damit es mir seelisch wieder richtig geil geht, muss ich nach Mexiko oder beziehungsweise raus aus Deutschland. Ich helfe Silica. No front. Wirst du jemals wieder normal arbeiten? Ich habe noch nie normal gearbeitet. Nein, Spaß. Ich habe schon normal gearbeitet, so. Aber auch nicht normal. Ich habe noch nie lange zum Beispiel einen Job gemacht. Ich habe alles schon gemacht. Ich war schon immer am Strugglen, so, weißt du, so. Ich habe alles schon gemacht. Ich habe schon im Kino gearbeitet. Ich habe in Klamottenläden gearbeitet. Ich habe im Fitnessstudio gearbeitet. Ich habe bei BMW gearbeitet. Ich habe alles schon gemacht, so. Und solange ich es schaffe, mich selber über Wasser zu halten. Nein, ich werde für immer, ich werde für immer nie normal arbeiten. So. Das steht fest. Dafür habe ich mich damals entschieden und das werde ich auch so durchziehen. Da gibt es auch keinen links, rechts. So, das ist ja das Ding. Das ist auch das, was mich am Leben hält, weißt du. Das ist auch das, was, keine Ahnung, das ist ja diese Motivation, die ich habe. So. Mit dem, wie ich bin, was ich mache, was ich tue, was ich in meinen Gedanken habe, davon zu leben. Das ist ja der Traum, weißt du, wie ich meine so. Auch wenn der Traum manchmal auch mit Tiefphasen ausgestattet ist, sage ich mal so. Und es immer Phasen kommen, wo es vielleicht nicht mehr so einfach ist. Und bei mir war es noch nie so, dass ich übermäßig viel Geld verdient habe mit YouTube und so. Nichtsdestotrotz werde ich für immer daran festhalten, weil ich weiß, dass ich was kann. Ich weiß, dass ich irgendwie was bewegen kann. Ich weiß, dass Leute mir auch gerne zuhören etc. Und das will ich ausleben. Und es ist mein Traum, davon leben zu können. Und daran werde ich festhalten, Bro. Und es werden auch wieder bessere Zeiten kommen. Weißt du. Dezember war ein guter Monat für mich, muss ich euch ganz klar sagen. Also ich habe schon lange nicht mehr so viel Aufmerksamkeit bekommen. Ich habe auch schon lange nicht mehr so viel Geld verdient. So ist es, das motiviert mich natürlich auch wieder, so mehr Gas zu geben, weil ich weiß, dass es möglich ist.